Ich begrüße den Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. Hier in dieser Aufgabenstellung geht es darum, dass wir vier Aufträge bekommen. Diese Aufträge müssen wir auf fünf Zerspannungsmaschinen irgendwie verteilen. Wir bekommen auch eine Anlage, wo dort die Zeiten angegeben sind, wie lange brauchen diese Aufträge auf diese Anlagen. Gesucht ist grafisch die optimale Durchlaufzeit. Damit wir das herausfinden, müssen wir folgendes verstehen. Die optimale Durchlaufzeit bedeutet, dass wir mit dem Auftrag beginnen, der am kürzesten Bearbeitungszeit hat. Das ist die KOZ-Regel, kürzeste Operationszeit-Regel. Ich hinterlasse euch ein, zwei Links in der Videobeschreibung. Da könnt ihr noch ein bisschen, es gibt noch viel, viel mehr dieser Regeln. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen durchlesen. Scrollt einfach, bis ihr zu diesen Regeln kommt und dann werdet ihr noch mehr Regeln dieser Art kennenlernen. Also sehr, sehr wichtig für diese Aufgabe, kürzeste Bearbeitungszeit, der Auftrag mit der kürzesten Bearbeitungszeit, der beginnt als allererstes. Das müssen wir natürlich immer im Hinterkopf behalten. Gut, schauen wir uns mal diese Anlage an. Und zwar muss man sich das zu folgendes verstehen. Hier vorne haben wir drei Aufträge, die an Maschine 1 sind. Das heißt, wir kommen morgen um 6.30 Uhr in der Halle als Meister. Und jetzt befinden sich hier einfach drei Paletten, wo halt diese drei Aufträge sind. Und zwar Auftrag B, C und D stehen an der Maschine 1. Auftrag A steht an der Maschine 2. So, können wir so machen. Auftrag A. Jetzt müssen wir als Meister halt entscheiden, welcher Auftrag sollte als erstes beginnen. Wir wissen, der Auftrag, der der kürzeste Bearbeitungszeit hat. Das heißt, wir vergleichen jetzt das mal hier. Anscheinend hat Auftrag D braucht nur eine Stunde. Das heißt, eine Stunde Bearbeitungszeit. Wir fangen mit Auftrag D natürlich dann auch an. Alles andere wäre ja dann Blödsinn. So, machen wir mal sowas. Auftrag D. Gut, als nächstes müssen wir mal schauen, Auftrag B und C. Wer würde dann als nächstes anfangen? Naja, derjenige mit der kürzesten Bearbeitungszeit. Das heißt, der nächste in der Reihenfolge wäre C mit eineinhalb Stunden. Das heißt, wir machen eine Stunde und halb. Das ist jetzt C. Anschließend würde dann auch B mit drei Stunden. Eins, zwei, drei Stunden Bearbeitungszeit. Das ist jetzt B. Machen wir mal ein paar Farben hier. Damit das gleich auch deutlicher wird. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das auch bildlich erkennt. So sieht das aus. Gut, das haben wir schon mal verteilt. Jetzt als letztes, machen wir hier ein Häkchen. Als allerletztes haben wir jetzt hier noch Auftrag A, der an die Maschine 2 gebracht werden muss. Und jetzt ist die Frage, können wir mit Auftrag A sofort beginnen? Oder gibt es dort etwas anderes, was wir beachten müssen? Denn wenn wir uns das hier mal vergleichen, diese zwei Sachen, Auftrag A, der an die Maschine 2 muss, an die Anlage 2, braucht, hat eine Bearbeitungszeit von zweieinhalb Stunden. Und Auftrag C, der auch an die Anlage 2 muss, hat eigentlich eine Bearbeitungszeit von einer Stunde nur. Somit könnte man hier in den Gedanken kommen, ich müsste, glaube ich, mit C anfangen. Nein, das wäre jetzt nicht richtig, denn ihr dürft etwas nicht vergessen. Auftrag A befindet sich schon an der zweiten Maschine. Wann könnten wir frühestens mit Auftrag C anfangen? Ihr seht, Auftrag C ist ja gerade mal nach zweieinhalb Stunden, würden wir ihn dann an die Anlage 2 hinbringen. Und währenddessen kann man ja schon was anderes auf die Anlage bearbeiten. In diesem Fall wäre das Auftrag A. Und der braucht tatsächlich auch zweieinhalb Stunden, deswegen machen wir das so. An der Maschine 2 würden wir mit Auftrag A dann beginnen. So könnten wir das markieren. Gut, jetzt vergleichen wir das hier alles andere. Natürlich können wir, wenn wir das jetzt vergleichen, wenn Maschine 2, können wir dann ja auch Auftrag C danach sofort machen. Ihr seht, Auftrag C ist nach zweieinhalb Stunden fertig. Der Auftrag A ist ja auch fertig, geht dann weiter an irgendeine andere Anlage. Und Auftrag C kommt ja an die Anlage 2 und kann dann auch bearbeitet werden. Er dauert ja eine Stunde, somit machen wir hier eine Stunde Auftrag C. Den haben wir somit auch fertig. Und jetzt betrachten wir hier die Anlage 3. Anscheinend kommt an die Anlage 3 wieder drei Paletten. In diesem Fall schauen wir mal 1, 2, 3. Dort würden sich drei Paletten befinden und zwar A, B, C. A, B, C. Es ist aber jetzt wichtig zu entscheiden, mit welchem Auftrag beginnen wir. Gucken wir mal kürzeste Bearbeitungszeit. Wenn wir das hier vergleichen, wäre rein theoretisch Auftrag B an der Reihe. Denn der braucht ja nur eine Stunde. Die anderen 1,5 und 3. Das Problem ist einfach, dass wir mit Auftrag B erst nach 5,5 Stunden anfangen können. Denn der befindet sich ja immer noch an der Anlage 1. Dürft ihr nicht vergessen. Der wird ja immer noch bearbeitet. Aus diesem Grund müssen wir jetzt mal vergleichen, welcher Auftrag ist eigentlich als erstes an der Maschine 3 oder gelangt als erstes dahin. Schauen wir mal nach. Auftrag A. Wann könnten wir mit ihm anfangen? Naja, Auftrag A befindet sich ja für 2,5 Stunden an der Maschine 2. Das heißt, wir könnten mit Auftrag A frühestens nach 2,5 Stunden anfangen. Das heißt, die Palette wird dann nach 2,5 Stunden an Maschine 3 hingebracht. Und wir könnten mit Auftrag A anfangen. Das hört sich schon mal gut an. Das ist schon mal besser als Auftrag B. Und jetzt vergleichen wir jetzt Auftrag A mit dem letzten. Und zwar haben wir hier Auftrag D. In diesem Fall. Wann könnten wir mit Auftrag D anfangen? Naja, ihr seht hier vorne, Auftrag D war ja als allererstes an der Maschine 1. Und nach einer Stunde, nach der einer Stunde Bearbeitungszeit, wird Auftrag D sofort quasi zu der Maschine 3 hingebracht. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich hätte hier natürlich Auftrag D machen müssen. Somit befindet sich Auftrag D nach einer Bearbeitungszeit, nach einer Stunde, schon bereits an der Maschine 3. Das heißt, von der Reihenfolge jetzt müssen wir nicht die kürzeste Bearbeitungszeit nehmen, sondern einfach, welche Aufträge befinden sich an diesen Anlagen als allererstes. Auftrag D wäre als allererstes hier. Deswegen machen wir auch Auftrag D. Das heißt, Auftrag D dauert insgesamt 1,5 Stunden. Das wäre jetzt in diesem Fall so. Auftrag D. Dann machen wir als nächstes. Wer würde als nächstes in der Reihe kommen? Das wäre hier in diesem Fall, gucken wir, B oder A. In diesem Fall wäre das ja Auftrag A. Denn B ist ja immer noch nicht fertig. Somit würden wir Auftrag A bearbeiten. Insgesamt 3 Stunden. Das heißt, 1, 2, 3 bis hierhin. Das wäre Auftrag A. Und irgendwann dürft ihr nicht vergessen, wenn 5,5 Stunden vorbei sind, wird der Auftrag B an die Maschine 3 gebracht. Und er kann dann loslegen, denn die Maschine 3 ist jetzt nach 5,5 Stunden auch wieder frei. Auftrag A ist ja fertig. Maschine 3, Auftrag B, eine Stunde wird bearbeitet. Somit haben wir hier 6,5. Das hier ist B. Tun wir mal ein bisschen farblich, denn das ist dann gleich besser zu erkennen alles. D war jetzt so. Auftrag A war in grün. Wir sind jetzt mit der Aufgabe schon fast fertig, nur wir müssen hier einen kleinen Trick oder wir müssen hier folgendes beachten. Wenn wir uns die nächste Spalte anschauen, denn das haben wir ja schon alles gemacht. Wenn wir uns die nächste Spalte anschauen, können wir sagen, wir müssten eigentlich mit Auftrag oder Auftrag A müsste an die Anlage 5 gelangen. Das heißt, schauen wir mal nach, wo ist Auftrag A? Hier vorne, es ist nach 5,5 Stunden, würde er rein theoretisch an die Anlage 5 kommen. Ich mache es mal hier an die Anlage 5, Auftrag A. Jetzt ist halt der Gedanke, können wir mit Auftrag, sagen wir mal A, schon anfangen an der Maschine. Dazu können wir noch keine Aussage treffen, denn wir müssen zunächst mal wissen, welche Aufträge kommen eigentlich an die Maschine 5. Und ihr seht, es sind noch andere Aufträge. Damit wir hier eine Aussage treffen können, müssen wir zunächst mal wissen, wo befinden sich diese Aufträge und wir müssen einfach die Maschine 4 abarbeiten. Ihr seht, an die Maschine 4 kommen jetzt drei Aufträge hin. Ich mache es mal wieder so. Das heißt, diese drei Paletten B, C und D. B, C und D. Wir müssen jetzt einfach entscheiden, mit welchen dieser Aufträge können wir als erstes beginnen. Schauen wir von den Zeiten her, würden wir rein theoretisch mit Auftrag D beginnen, denn R dauert ja am kürzesten. Wo befindet sich Auftrag D? Auftrag D wäre eigentlich an der Maschine 4 schon nach zweieinhalb Stunden bereit zur Bearbeitung. Jetzt ist einfach nur die Frage, ist vielleicht etwas ein anderer Auftrag schon vorher hier als D? Die Palette D befindet sich ja schon hier. Vergleichen wir mal mit C. Nein, Palette C würde sich erst nach dreieinhalb Stunden bei der Anlage 4 befinden. Was ist denn mit der Palette 4 oder Auftrag 4? Ich meine mit Auftrag B. Wo befindet sich Auftrag B? Naja, R würde sich bei der Anlage 4 erst nach 6,5 Stunden dort befinden. Somit können wir tatsächlich mit dem Auftrag D als allererstes anfangen. Wie lange dauert der Auftrag D? Eine Stunde. Das heißt, wir bearbeiten jetzt hier eine Stunde. Auftrag D. Somit wäre der jetzt schon fertig. Können dann weitermachen. Auftrag C wäre als nächstes dran. Der wäre ja quasi nach dreieinhalb Stunden fertig an der Anlage 2. Dann würde er an die Anlage 4 gelangen. Mit wie lange dauert C? Drei Stunden. Eins, zwei, drei. Das ist unser Auftrag C. Und als allerletztes haben wir dann noch Auftrag B. Er würde an die Anlage 4 gelangen, wenn er hier bei der Anlage 3 nach 6,5 Stunden Bearbeitungszeit fertig ist. Insgesamt mit 1,5 Stunden. Das heißt, 1,5. Das hier ist B. Das hätten wir jetzt schon fertig. Und jetzt können wir die letzten drei Sachen miteinander vergleichen. Wann kommen all diese Aufträge zu der Maschine 5? In diesem Fall wäre das sogar noch Auftrag C wieder. Palette C und Palette D. Würde irgendwann ja zu der Maschine 5 gelangen. Schauen wir mal. Auftrag A als allererstes. Der die kürzeste Bearbeitungszeit hat. Wann würde Auftrag A an der Anlage 5 ankommen? Gucken wir nach dem Bearbeitungsprozess. Ihr seht hier, Auftrag A würde hier nach 5,5 Stunden dort erst sein. Gibt es einen Auftrag, der viel schneller dort ist oder früher dort wäre? Schauen wir mal nach. Auftrag C. Wie sieht es denn mit dem aus? Auftrag C wäre erst nach 6,5 Stunden. Das wäre jetzt zu spät. Da ist ja Auftrag A auf jeden Fall schon mal eher da. Wie sieht es mit Auftrag D aus? Auftrag D. Siehe da, wenn wir uns diesen Bearbeitungsprozess anschauen. Auftrag D geht an Maschine 1. Dann geht es an Anlage 3. Anschließend geht es an Anlage 4. Und dann kommt es an Anlage 5. Nach dreieinhalb Stunden. Könnten wir, befindet sich die Palette schon da. Und wir könnten Auftrag D sofort anfangen zu bearbeiten. Wir warten gar nicht auf irgendwelche anderen Aufträge, sondern wir legen sofort los. Das heißt, Auftrag D ist als erstes an der Anlage. Mit dem können wir sofort anfangen. Schauen wir mal nach. Auftrag D 2 Stunden. Somit machen wir 1, 2 Stunden. Das passt auch perfekt. Denn wenn Auftrag D fertig ist, kann auch sofort als nächstes, welcher Auftrag war es, wenn Auftrag D fertig ist, dann haben wir noch C und A zur Verfügung. Dann können wir sofort mit A anfangen. Denn A würde sich ja dann nach 5,5 Stunden an der Anlage 5 befinden. Wie lange dauert A eine Stunde? Eine Stunde. Das hier ist Auftrag A. Und als allerletztes haben wir Auftrag C mit 1,5 Stunden. Der würde auch an die Maschine 5 kommen. Das wäre jetzt hier eine optimale oder sagen wir mal eine grafisch optimale Durchlaufzeit. In diesem Fall wäre die optimale Durchlaufzeit für diese vier Aufträge in insgesamt 8 Stunden dauern. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Ich bedanke mich weiterhin fürs Zuhören vom ganzen Herzen. Bis zum nächsten Mal.